Das war's für heute. Das war's für heute. Und dementsprechend wäre das jetzt natürlich super, wenn er hier wirken kann. Der AMX, der kommt leider noch nicht so vor, sonst würde ich dem gleich eine mitgeben. Aber der VK da vorne geht noch ein bisschen was auf. Da trifft er nicht mal, kurios. Oh, der AMX kommt da runter. Da ist er, und da ist er weg. Der AMX hat hier einen sensationellen Spottingjob gemacht. So macht man's eher nicht. So, IS-3. Fahrt hier jetzt so vor, aber eben jetzt sieht man genau, dass er kann hier sensationellen mit seinem Rüssel nach unten ragen. Das geht sonst nicht so leicht. Boah, der KV-3 ist natürlich ein super schönes Ziel. Den können wir ja jetzt ordentlich aufs Korn nehmen. Ja, wiederum hat sich jetzt bis jetzt nur für den 12 Tonnen. Jetzt ist er offen, das muss man aufpassen. Hier ist er weg, der KV. Aber der T-34-1 ist noch ein mögliches Ziel. Der steht jetzt auch. Ah, der Weile ab, bisschen weiter runter. Genau. Da ist er weiter rechts, 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 rechts. Ja, jetzt machen sie ihn weg. Drei Kills aktuell im Team gemacht und drei von dem Zug hier. So, jetzt steht der IS-3-Spalier. Die IS-3 achtet jetzt gerade auf den Gegner. Das heißt, sie können jetzt hier schön auf ihn wirken. Reload ist vom... Ah, sehr gut. Gekettet auch noch. Macht ihn der Panther wohl raus. Die IS-3 einfach gerade überfordert. Wusste nicht links, rechts, links, rechts. Scheißegal. In Zukunft IS-3 einfach auf den Schießen, der vor dir steht. Da brauchst du nicht noch auswählen, weil tot bist du oder so. So, jetzt raschen sie hier den Flügel, dass du da... Da nimmt er ihm das Munitionslager weg. Alter Schwede, krass. Ja, so kann man auch mit dem CDC mal einen Tausender-Hit machen. Herr Sophie, also... Oh, das tut wirklich weh. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Jetzt ist der Carnarvon hier. Wirkungs-Treffer. Ah, der kann aber ich wollte schon sagen, die schießen alle gar nicht, aber der Carnarvon hat sich dann gewährt. Und der 12-Tonner schießt auch noch. Da haben sie ganze... Da hat er ganz zwei Hits. So aktuell im Team. 6 Kills. Und im Zug 6 Kills. Ah, jetzt... Jetzt muss ich wohl kurz sagen. Geh auf den, geh auf den. Ja, sehr schön. T-34-2 ist jetzt... The place to be, sag ich mal. Es brennt auch noch. Löscht. Und jetzt machen sie nochmal... Alter Schwede, die macht die Räume hier brutal auf. Sie haben bis jetzt alle Kills hier in ihrem Zug gemacht. Die T-32 ist zwar ein bisschen außerhalb, aber die haben sich wahrscheinlich abgesprochen, gesagt, hier, wir machen unsere Seite, du machst deine. Dann läuft das schon. Oh, jetzt auch noch den 13-75. Ein Kill, ein Schuss noch. Und auch der ist weg. Alter, 12 Kills, 12 der Zug. Gute Action, die sie hier machen, die Jungs. Und da ist der erste, der mal vom Gegner, äh, von einem Teammate gemacht wird. Der erste nicht Zugkill. Mal schauen, ob es da noch weitere gibt. Ne, da ist wieder einer. Wahnsinnig, unglaublich 13 Kills. Vielleicht machen sie sogar noch den T-34. Hatten sie 14 Kills im Zug gemacht. Also das ist mehr als nur ein entscheidender Beitrag. Krasse Scheiße. Sag ich jetzt auch mal ganz so extrem. Äh, muss man mal sagen, wie es ist. So, jetzt der T-34. Da stürmt jetzt jeder drauf. Es wird aber auch gecappt. Jetzt müssen sie das praktisch... So, zack. Kriegen sie den noch raus, bevor der Cap durch ist. Wäre noch möglich. Ja, der macht... Äh, der kriegt ihn auch noch. Der kriegt seinen Krieger. Sie machen 14 Kills zusammen im Zug. Unglaublich stark. CDC, nice gespielt. Geile Karte. Geiles, geiler Zug. Kompliment, Chapeau. Ihr habt mir jetzt gefallen. Ich hoffe euch doch auch. Also deswegen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Alcaramba. � HA Также. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.